cool also wir werden wir werden ich schütze einfach ab und ich sehe es am gewonnen weil wir dann nicht mehr zurückkommen die Deo Dose, die ihr die ganze Zeit one hattet mit der Nova oder wen schon sympathisch ne diese beiden GK Typen können wir einfach mal weg Oh! Steven! Boost! Wo ist das eh im Sinn, Alter, mit solchen Leuten? Oh, Leute, das war ja links. Da so. Steven, Boost! Timo, Boost! 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 Sander, Sander, Sander! Für den Punkt wieder raus! Steven, Boost! Cool, ich hab'n Defuse-Kick gefunden! Damn! Also, also, wenn der kein Warlock hat, dann weiß ich's nicht! Dann weiß ich's nicht! Timo, ich hab'n coolen Splat gefunden! Ja, das ist ne Arsch, Kevin! Ey, du Arsch, Kevin! Ja, Kevin! Also, also, wenn, ich weiß nicht, wer das war. Irgendeiner hier stand unten, also, beim Connector da unten. Oh, da ist das geschlossen, als ich da gar nicht auf den Weg ins war. Oh, ja, vorher! Oh, was, hier soll ich dir helfen? Wie nett! Wir haben den Roof-Track gesetzt! Wie gut! Wie nett! Ey, das muss jetzt... Das war ja jetzt auch nicht mehr gar zu viel. Oh, was macht man denn? Ja, hör mal auf mit deinem Hetz! Alter! Alter, was? Niiiice, boi! Der wird seine Waffe vergessen! Nein! Das ging ja nicht! In die Ecke kannst du nicht gesehen werden! Niiice, boi! Wer war das jetzt? Wer war das jetzt? Wie war das jetzt? Alter, wer? Ja, wer denn das schon so los ist? Das geht's gut. den Grenzen von Bern? Der hat sich...